Wir sind wieder da. Es geht wieder los. Ich habe mir die letzten paar Tage ein bisschen Freizeit gegönnt. Mal wirklich abschalten, auch mal keine Kamera im Gesicht. War irgendwie komisch. Ich nehme euch ja gerne mit. Geht's ab nach Grevenbroich. Wir testen heute mit dem Team da ein bisschen. Thomas ist jetzt quasi hier bis Sonntag. Deswegen ist jetzt erstmal der Plan zurück. Dann nach Grevenbroich ein paar Ründchen drehen, wieder reinkommen ins Sandgeballere und dann schauen wir mal ob wir ein Bike noch was verbessern können. So Strecke sieht gut aus. Da hat hier noch ein paar Pfützen abgedeckt. Jetzt zieht das noch ein bisschen ab. Das heißt wir fangen erstmal auf glatter Strecke an. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Gucken wir gleich mal. Aber wird gut. Es käme noch cooler wenn es Benzy Letten wären. Ja ich warte auf die Benzy. Sagst du Big Struggle? Ich bin Supporter. Supporter. Weiß nicht. Weißt du? Benni, was ist denn los? Ich brauche die Benzy Letten und die Baderhose. Feiert Benedikt bestimmt wenn du ihn Benni nennst. Ja ok Benedikt. Dankeschön wir kriegen ihn noch. Sehr gut. Dann ist er nachdem. Dann gibt es eher ein paar Mal hier. Dann geht's mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Was drehst du jetzt den Fahrstuhl? Also eingefahren habe ich mich jetzt, habe auch was am Fahrwerk umgestellt gerade mit dem Thomas, das war auf jeden Fall besser. Dann habe ich mir die Gabel ein bisschen rausgeschoben, das ist eigentlich jetzt nichts wildes, aber hatte ich jetzt hier so in der Vergangenheit irgendwie nicht das Gefühl, dass das besser ist, aber heute ist es besser. Noch ein paar Klicks verändert. Und jetzt tue ich Motorhalter testen. Die habe ich zwar in Italien schon mal ausprobiert, genauer gesagt, also den hier, baue ich jetzt dran. Der hat hier so einen Ausschnitt, dafür hat das Motorrad dann mehr Flexibilität im Vergleich zu dem hier. Soll dann im Endeffekt besser in die Kurve reinfallen, weil das Motorrad halt einfach nicht so steif ist. Deswegen, ja, gucken wir mal, das baue ich jetzt dran. Ob ich das am Fahrwerk noch ein bisschen was verändere, muss ich gucken. Das probiere ich jetzt noch aus. Da wollte ich noch einen Ausbruch ausprobieren. Und, ja, das war es eigentlich, glaube ich, soweit heute. Ja, aber solange das Fahrwerk am Ende passt, das Motorrad an sich, Leistung und alles, fühlt sich richtig gut an. Und, ähm, das ist ja das erste Mal im Sand mit meinem Rennmotorrad. Genau. Probe ich die Motorhalter jetzt aus und dann schauen wir weiter. Und, ähm, das ist ja das erste Mal im Sand mit meinem Rennmotorrad. Und, ähm, das ist ja das erste Mal im Sand mit meinem Rennmotorrad. Und, ähm, das ist ja das erste Mal im Sand mit meinem Rennmotorrad. Und, ähm, das ist ja das 초� Aber heute muss ich das erste Mal Patchen hochre relatast. ��ig ist ja das erste Mal im Kabelbezug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ein schöner, guter Testtag geht zu Ende. Wir haben, finde ich, einen ganz guten Fortschritt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber die Motorhalter, die so ausgehöhlt sind in der Mitte, sind besser. Also die schwarzen quasi. Und genau, Fahrwerk hat sich soweit auch ganz gut eingefühlt. Ich fahre am Sonntag jetzt nochmal mit dem Motorrad beim Rennen. Das ist nämlich mein Rennmotorrad. Und jetzt am Samstag wollte ich aber noch ein paar Trainingsrunden drehen. Das mache ich dann auch mit dem Trainingsbike. Genau. Was geht? Ich bin wieder da für euch. Wir sind, oder wir haben Samstag. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Holland. Erst zur Facility mal kurz Hallo sagen. Und danach Richtung, weil da echt viel los ist heute. Die machen alle ihren Fitness-Test heute, ihren Laktat-Test. Ich mache den aber, ich denke mal, nächste Woche oder die Woche danach. Weil ich wollte heute lieber nochmal fahren gehen. Und ja, jetzt fahre ich nochmal ein paar Runden drehen heute nach Budel. Und ich denke, ich schlafe dann auch da in der Facility. Und fahre heute noch mit meinem Trainingsmotorrad. Und dann geht es morgen früh, geht es ja dann nach Lomme. Das sind von da nur noch so 35 Minuten oder 40 Minuten. Und dann ist da morgen das erste Mal Racing. Genau. Aber wie gesagt, jetzt erst mal nach Holland fahren. Erst mal da ankommen. Kurz Hallo sagen. Und dann nochmal ein paar Runden drehen heute. Eventuell ist die Strecke heute etwas gekürzt. So, es hat mal wieder geweihnachtet bei mir. Vielen Dank an Sidi und Joppa. Es gibt ein paar neue Stiefel. Die fahre ich heute mal ein. Ich glaube, die passen auch richtig geil zu unserem Design dieses Jahr. Und ja, das sind auch nochmal neue Schmuckstücke. Auch sexy. Das ist der neue Cross Air. Ja, dann geht es gleich los. So, ein bisschen eingemockt die Bude. Loris ist auch da. Loris, was hast du gesagt? Vor einer halben Stunde hast du dich noch auf morgen gefreut. Ja. Schön. Ja, wir müssen uns hier ein bisschen eingerufen auf morgen. Morgen, äh... Aber ich glaube nicht, dass es so tief wird morgen. Schau mal. difícil. Jak. Schön. Häieueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueue Das war's für heute. 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 Aber gut. Weiter geht's. Ich gehe jetzt mal meinem Dad Hallo sagen. Der ist nämlich hier. Und dann machen wir uns ready für den ersten Lauf. Das habe ich gemacht. Mal gucken, ob der Leben ankommt. Wir wissen schon, dass du heute frisch schraubst. Glauben wir nicht. Also Finn macht dann Mechaniker. Hallo. So. Wurde jetzt befördert. Ich bin jetzt nicht nur Kameramann, sondern auch Mechaniker. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob der Leben ins Ziel kommt. Ja. Nein, nein. Alles nach bestem Wissen und Gewissen geschraubt natürlich. Das wird super. Das wird toll. Ja. Schön. Es wäre nicht Belgien MX Opening Cross, ich glaube. Wenn nicht schon irgendwie fast 45 Minuten Verspätung wären. Es fahren, also es sollten gleich die 2,50er fahren, aber die sind richtig hinten dran im Kalender, im Zeitplan hier. Und den ganzen Tag wird nichts geschoben. Weltklasse. Und der letzte ist noch auf der Bahn und es geht schon in Skatterfeld gleich. Ist zu geil. Es ist einfach zu geil. Erster Lauf ist durch. Wir haben es schon knapp 3 Uhr. Könnte interessant werden, der zweite Lauf. Ja, war nicht so geil. Er hat mich echt hart gestruggelt. Die Strecke ist echt anspruchsvoll. Aber einfach nicht so wirklich mega krass sandig, aber so heftig rillig überall. Und da war das Feeling gerade absolut gar nicht für da. Deswegen, ja mal gucken. Vielleicht noch ein paar Sachen am Fahrwerk optimieren. Ich schaue jetzt einfach mal drüber mit dem Thomas. Im Endeffekt. Aber eigentlich müsste es alles passen. Es liegt dann einfach an mir. Ich musste einfach mit so Bedingungen ein bisschen besser klarkommen. Der Start war gut. Da war ich Zweiter. Ich bin jetzt im Endeffekt Sechster geworden. Weil der Rhythmus einfach nicht da war und ich zu langsam war einfach. Ja, deswegen jetzt mal gucken. Ein paar Sachen optimieren. Wenn ich die Strecke nochmal angucken hier vom Fahrerlager aus. Und dann schauen wir im zweiten Lauf, ob es besser wird. Ja, das war schon. Dann schauen wir mal. Ja, das ist ja das erste Mal. Aber das ist ja auch nicht so, aber das ist schwierig. Na, das ist etwas schwieriges. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020